Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Das ist ein Trickvideo. Samba ist hier auch gerade und Juki auch und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Samba, du auch? Ähm, also der erste Trick, den mache ich halt alle mit Erbsenflocken. Also ihr nehmt einfach die Erbsenflocke, haltet die euren Kaninchen hin, dass ihr halt Männchen machen müsst. Und dann legt ihr eure Hand als Stütze unter ihre Pfoten, dass sie sich da quasi abstützen können. Ähm, beim ersten Mal funktioniert es wahrscheinlich nicht so gut, aber beim zweiten Mal bestimmt. So, der zweite Trick ist, dass ihr die Erbsenflocke einfach um das Kaninchen rumdreht. Also bei uns hat das jetzt nicht so gut geklappt, aber ja, da muss man einfach ein bisschen üben, also dass sich das Kaninchen dreht. Genau. Also, ähm, hier ist Juki erstmal reingegangen, weil sie keine Lust mehr auf Tricks hatte. Das ist auch vollkommen okay. Und hier habe ich mit Samba dann nochmal das Kreisdrehen geübt. Der zweite Trick ist vor allem gut, wenn die Kaninchen irgendwie nicht so zutraulich sind, dass ihr sie einfach auf den Schoß mit euren Leckerlis krabbeln lasst. Ähm, und ich wollte noch sagen, nicht jedes Kaninchen mag das, also akzeptiert es einfach, wenn es keine Lust auf einen Trick gerade hat. Musik Musik